Seit Monaten bereits schränken die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie Teile des Lebens ein. Welche Folgen das für die Psyche der Menschen hat? Dazu hat die Stiftung Deutsche Depressionshilfe eine Studie vorgelegt. 59% der Bevölkerung haben demnach die strikten Einschränkungen im Frühjahr als bedrückend empfunden. Besonders gelitten hätten Menschen mit Depressionen. Was es heißt, depressiv zu sein, kennt Frank Hartung aus eigener Erfahrung. Seit Jahren kämpft er mit der Krankheit. Inzwischen teilt er seine Erfahrungen online in Selbsthilfegruppen. Während des Corona-Lockdowns wendeten sich viele Hilfesuchende an ihn. Das Hauptthema in der Depression ist eigentlich die Angst gewesen. Dass es ganz viele Fragen dazu gab, wie kann ich dagegen angehen? Was kann ich jetzt für mich selbst tun? Das Problem infolge von Corona, so eine Studie, fielen 48% der Behandlungstermine für Betroffene aus. Fast jeder zehnte Klinikaufenthalt wurde gestrichen. Hinzu kam, psychisch Kranke bewegten sich weniger, es fehlte Tagesstruktur. Und infolgedessen blieben viele häufiger antriebslos im Bett. Depressive seien bei den Corona-Maßnahmen nicht ausreichend berücksichtigt worden, so die Kritik. Wenn man jetzt alles tut, um das Infektionsgeschehen runterzufahren, aber gleichzeitig Leid und Tod an anderen Stellen verursacht, kann man das nicht auf Nummer sicher gehen nennen. Und es geht auch nicht um Gesundheit versus Wirtschaft, sondern es geht um Leid und Tod versus Leid und Tod. Und diese Diskussion, wie man da die richtige Balance findet bei den Maßnahmen, die fehlt mir. Rund zwei Millionen Menschen seien betroffen gewesen. Die Herausforderung bleibt.